hallo und einen wunderschönen guten morgen aus köln wie ihr seht ich bin auf der intermod dieses jahr ich wurde dazu eingeladen und ich darf zwei tage bevor das normale publikum rein darf darf ich auf die messe gehen wir haben jetzt fünf von neun da unten stehen schon ganz ganz viele leute und warten dass sie reingehen können und ja lassen wir uns doch mal überraschen was wir alles tolles darauf sehen werden ich hoffe die videos möglichst schnell für euch hochladen zu können und schaut einfach mal weiter ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020